Marvin, du schaust zu glücklich rein. Bin ich. Ja, ich bin gerade gebastelt im vorletzten Level von Tag 1. Und es war doch eher eine etwas kuriosere Hand. Ich hatte zu Beginn der Hand 25k, gerade davor von 30 auf 25 runtergetroppt, als ich auf dem River geforoutet wurde und dann auf dem Store rollt wurde, was auch ziemlich nett war. Also ich habe 25k, compliance waren 300, 600, es gab Open auf 1300, Call von Martin, der alles gecallt hat. Und ich hatte im Small Banking Green suited, habe mich entschieden auch nur zu callen. Block und Flush auf Check High, gecheckt, Aggressor checkt mit und der Typ, der eigentlich alles gespielt hat und er auch wirklich alles haben kann, macht 2700, ich call es nur, Aggressor geht auf 6100. Ich habe schon gedacht, scheiße, jetzt hat er vielleicht wirklich einen Nut-Flush. Naja, aber der andere Calls, 6100, ich schiebe All-In mit meinem Graph, 425k, und der erste Calls, der wirft weg, und er hat A7 mit einem Mason Park, und ja, also nur nach Flush Store, weil es sehr, sehr obvious war, dass einer von uns mindestens Flush oder ein Set hat, aber es gibt keine Hand, die ich haben hätte können, und es etwas weniger als ein Set ist. Und, äh, naja, sehr frustrierend, ich komme noch zwei Herzen, und ich bin aus dem E-Shot, auf 65 hoch zu sein. Was wirst du jetzt noch machen? Äh, ich habe vor, jetzt werde ich erst mal morgen einen Tag schlafen, und dann, äh, werde ich wahrscheinlich übermorgen das, äh, Pancake-Seite-Wendung spielen, und dann geht's, vielleicht nach Oswaldorf, wenn ich da Tag 1 brauche, so eine Mitfahrgelenkheit finde, ähm, sonst eben direkt, äh, so eine Frage. Hättest du es gern gewonnen? Bitte? Hättest du es gern gewonnen? Ah, ne, ich wollte ja ein andermal. Du bist ja ein guter Mensch. Ja, ich warte jetzt. Naja, ich hätte es eigentlich schon ganz gern gewonnen, auch, muss ich schon sagen. Hätte mir gefallen. Aber du hast ja einen unabhängigen Laufzeitzeit, oder? Negativlauf. Ich bin jetzt 5 oder 6 sogar in Folge ohne Cash, und das hat's bei mir noch nicht gegeben, und deshalb ist es sehr traurig. Aber, es wird sich, denke ich mal, hoffentlich bald ändern. Deine Zeit kommt wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich bin fest motiviert, äh, fest davon überzeugt und hoch motiviert, so. Und sehr müde. Okay, ich danke dir. Alles klar. Tschüss. Highf 아니고 Peikker PAA In Video Impano In